Hallo? Aua, Klaas? Jetzt klappt's! Okay, wir sind zurück in Klimts Spiel. Diesen Tempel hier, den haben wir schon ich sag mal erfüllt, das kann man da hinten nochmal drin sehen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, legen wir los! Heute ist das Krokodil dran und ich muss mein Köpfchen einschalten. Ich hoffe, ihr schaltet euer Köpfchen auch ein, weil ich glaube nämlich, dass ich wieder in einigen Situationen einiges an Hilfe benötigen werde. Das sieht so aus. Da ist eine Pyramide, da müssen wir wahrscheinlich hin zum Schluss. Ah ja, ja, hier ist so so Geil! Ich bin mal gespannt, wie das fertige Spiel sein wird. Also es ist Alpha Version und inwiefern die Alpha jetzt hier schon Bestandteil des Hauptspiels ist. Moment, Moment, Moment. Ich muss erst hier durch und warten, 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 warten. Dann stehen wir drauf. Sind drüben. Gehen runter. Und Ende Geländer. So. Das heißt, wir gehen hier hin. Bam! Holen uns den Lümmel da. Wir holen uns den Lümmel. Willkommen. Sehr schön. Und diesen Lümmel, den müssen wir wahrscheinlich jetzt wohin stellen am besten. Einfach da hinten im Eck. Bam! Und dann sieht die Sache für mich so aus, dass wenn ich das da aktiviere, sich das da hinten bewegt. Das heißt, wir müssen hier als Geist durch. Bam! La 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 la. Hier entlang, da entlang. Und wir drücken da drauf dann. Bam! Bam! So. Und das heißt, wir brechen das ab und stellen uns hier drauf und gucken jetzt mal, wo wir landen. Geil! Rätsel durchschaut und verstanden und wir kommen direkt hier raus. Und da ist es. Perfekt. Wir haben den Cube hier am Start. Jetzt ist die Frage, ob der Cube für das, für ein anderes Rätsel benötigt wird. Äh, sieht so aus. Ich dachte, ich kann mit dem Cube vielleicht hingehen und das andere Rätsel lösen. Wir müssen erstmal hier hin. Da. Hoch und hopp. Achtung. Drei, zwei, eins. Wir gehen hier rein. So. Stellen uns als Geist hier hin. Bleiben hier stehen. Dann habe ich den Cube, ne? Oh yeah! Ich blick's, Alter. So. Jetzt kann ich nämlich den Cube nehmen. Guck mal. Cube wird genommen. Jetzt geht der da weg. Warte, wir stellen uns mal hier, wir stellen den da mal da drauf. Und jetzt gehen wir hin. Warten, 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 warten. Jetzt nehmen wir den da. Und jetzt sollten wir da oben angekommen sein und dann sollte die Sache passen. So. Renn auf die Plattform! Los! Ey, ich habe übel im Plan, oder? Valentin. Sehst du es auch so? Ey, das Spiel gefällt mir übel. So, moin. Jetzt bin ich hier oben. Hä? Muss ich den mitnehmen, den Würfel? Ich hätte den mitnehmen müssen. So. Und jetzt gehen wir hier kurz rein. Stellen uns hier hin. So. Ich check's Rätsel, Alter. Ich check's. Jetzt bleiben wir hier noch im Ballchen stehen. Da, 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 da. Bam. Und jetzt kommt das von da oben. Jetzt muss ich drauf mit dem Würfel. Ha. Easy peasy, Alter. So, jetzt können wir hier rein in den Tempel. Nice. Die Frage ist jetzt, wo geht's hier hin? Das checken wir mal noch ab. Dann muss ich hier vielleicht drüber springen. Oh, ja. Aber hier scheint es noch nicht weiter zu gehen. Weil da ist noch kein Portal. Ne? Also hier ist kein Portal, kein Zeitportal. Das heißt, hier kann's irgendwie noch nicht weiter gehen. Also gehen wir hier in den Tempel. Let's go. Wow. Der Tempel hat's in sich, würde ich sagen. Das ist richtig geil gestaltet, oder? Boah. Nice, Mann. Lol. Was passiert jetzt? Oh, da ist so eine Sanduhr. Ich glaube, ich weiß, was man damit jetzt machen kann. Aufgepasst jetzt. Oh, ich glaube, damit können wir jetzt immer den Geist spielen. Wir können immer Geist sein, wann wir wollen. Alter. Geil. Mit E. Nice. Wir können jetzt immer Geist sein. Ohne das Portal. Achtung. Hier drauf stellen. Bam. Und jetzt kann ich hier hinlaufen. Und zack. Aktivieren und hochfahren. So. Ich kann jetzt hier einfach stehen bleiben. Nice. Ohne die Portale wird es ja tausendmal geiler. Diese Spielmechanik feiere ich. Heftigst, ey. Warte mal, was macht das? Es öffnet das Ganze. Wir müssen den Würfel holen. Kann man mit dem Würfel springen? Müssen wir mal gucken kurz. So. Ich kann den nicht mitnehmen. Jetzt bin ich sauer, Alter. Mega cooles Spiel. Klim. Respekt. Ja, Alter. Aber sowas von. Bam. Das ist hier relativ easy. Tada. Aber jetzt muss ich das hier mal so checken. Das heißt, warte mal. Das da lässt es losfahren. Ah ja, also ist es ja auch relativ einfach. Ich stelle mich hier hin. Ich bin ein Geist. Lass das hier losfahren. Und dann stelle ich mich hier drauf. So. Easy würde ich sagen. Oder? Ich dachte, ich brauche den Würfel. Brauche den Würfel doch gar nicht. Hier. Alles automatisch. Das Tor öffnet sich. Geil, oder? Tschüssi, Geisti. Nice. Okay. Das nächste Rätsel. Aber hier ist auch irgendwas. Checken wir die Lage. Und zwar. Warum ist da hinten... Okay, das ist überhaupt nichts hier. Das heißt, wir gehen hin. Und machen das so Ne warte Ah doch so Und so Und ender So Der Geist ist so ein Ehrenmann alter Guck mal Achtung Vertrauen in den Geist Wir müssen einfach nur dem Geist vertrauen Beziehungsweise wir müssen uns selbst vertrauen Dann kommen wir hier easy peasy durchs Game Und jetzt kann ich hier hingehen und sagen Joop Zack Brücke ausgefahren Hey das ist so tausendmal einfacher Ab in die Pyramide Und dann nehmen wir wieder das hier Bam Ich glaube schon Dass es so gedacht war Also warum soll das nicht so gedacht sein Also dieses heilige Relikt Alter Das hat es echt in sich mit dieser Zeituhr Und so Dann geht es hier auf Und wir sind wieder in so einem Lufttempel Dings So let's go Aufgepasst Jetzt kommen wahrscheinlich die richtig schwer Reden Rätsel Alter die Musik Sieg Was Oder Oder Kann man alle drei Tempel machen Weil ich wurde gerade richtig hart Gebaitet Kannst du mir kurz das Ende sagen Bitte Weil Wie geht es jetzt noch zuhörigen sondern Das ist schon Das ist schon Vielen Dank.